Tag der Industrie Entkoppelte Wirtschaftswelten im Fokus Es scheint, als ob die politische Elite den Kontakt zur Realität verloren hat und die Bedürfnisse der Mittelständler nicht mehr versteht. Es ist an der Zeit, dass die Politik aufhört, nur Lippenbekenntnisse abzugeben und wirklich konkrete Maßnahmen ergreift, um den Mittelstand zu unterstützen. Sonst wird die Kluft zwischen den Wirtschaftswelten nur noch größer werden und die Zukunft der Industrie in Deutschland gefährden.